Heute kommen wir zu einem der coolsten Roblox-Orbys auf der ganzen Welt, denn wir haben heute fünf verschiedene Fähigkeiten und können fünf verschiedene Superhelden auswählen. Wir können einfach als Superman spielen, Spider-Man und viele, viele mehr. Und wir müssen bei jeder Orbi probieren, die richtige Fähigkeit auszuwählen. Schaut auf jeden Fall bis zum Ende, um das zu verpassen. Das ist eines der coolsten Videos, Leute. Und los geht's! Möka, was machst du denn ganz da oben? Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist MB-Spider-Man. Was, Alter? Wie bist du denn Spider-Man geworden? Ich kann mich auch zu Superman machen. Guck mal. Was? Okay, warte, dann werde ich heute auf jeden Fall zu Spider-Brox. Guck dir das mal an, ey. Oha, wie cool. Kann ich jetzt auch... Oh, warte mal. Super-Punch? Was? Du siehst mich nicht. Was? Man kann auch schrumpfen. Oha. Oha, was? Okay, das ist auf jeden Fall richtig krass. Heute machen wir nämlich eine Superhelden-Obi-Möka. Und wir müssen das hier probieren. Erstmal durch die Wand durchzuboxen. Boom, 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 Alter. Alter, was? Okay. Das ist richtig krass. Jetzt müssen wir hier ein bisschen kleiner werden. Und dafür... Tschüss. ...müsste zu Ant-Man werden. Uh, guck mal. Wie ich hier langlaufe. Ich komm hier nicht rüber. Ey, wie? Du kommst da nicht rüber. Du musst einfach zum... Wie? Du musst wie Spider-Man werden. Hui. Yo. Alter, das ist voll krass. Guck mal. Wir können hier einfach rüberspringen. Wow. Wow. Ey, was? Ey, das ist so cool. Ich zeig dir jetzt was. Was willst du mal zeigen? Guck mal. Röntgen. Ich flieg. Yo, was? Ja, ja, ja. Ich seh... Wenn ich das Röntgen wegmache... Oh nein. Ey, was? Okay, warte. Das heißt, die werden nur erstellt durchs Röntgen, die Teile. Ey, was? Und hier müssen wir die Zeit stoppen. Oh mein Gott, was? Ey, das ist so krass. Das ist krass. Das ist so heftig, Leute. Okay, jetzt können wir hier nach oben erstmal gehen die Treppe hoch. Als letztes oben ist stinkt. Ey, nein, das zählt nicht. Okay, warte. Und ich hab mich jetzt hier versteckt. Mal gucken, ob du mich findest, okay? Ja, ich seh dich. Du bist doch hier ganz klein dahin. Nein. Oh, schade. Ja, ach. Dachst du schon, ne? Ah, das ist schade. Okay, was haben wir jetzt hier? Ganz normale Sprünge oder was? Anscheinend. Ja, doch. Anscheinend kann man. Oh, ich hab noch ein bisschen Leben verloren, leider. Also ein kleines bisschen wurde mir abgezogen. Ich auch, ich auch. Jetzt können wir hier. Ich kann am Rad drehen, links. Ich kann auch am Rad drehen. Jo. Und wir drehen. Ich hab' Skip Stage bekommen. Ich auch. Aber ja, falls er nicht irgendwo nicht weiterkommt. Und es ist ein Riesen-Noob. Okay, komm, wir gehen mal rein. Oh. Oh. Ich bin in seinem Bauch. Oh, ich auch. Ich bin einfach in seinem Bauch komplett drin. Weil es ist ja hier hochgehen oder hast. Ja, guck mal. Zack. Zack. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und so easy. Ja, ja, ja. Ich seh's gerade richtig stabil hier, ne? Oh, oh, oh. So, und jetzt müssen wir... Oh nein. Röntgen. Oh Leute, jetzt müssen wir uns irgendwie die Treppe erschaffen hier. Und zack. Ey, das ist voll krass, ne, Leute. Schreibt mir in die Kommentare, was euer Lieblings-Superheld ist. Das ist, äh... Das ist hier Superman, Spider-Man, Batman ist ja kein richtiger Superheld eigentlich, ne? Welcher ist dein, ne? Also meiner ist jedenfalls Spider-Man. Aber der Alte, der, der Tobi, der OG Spider-Man, der damals gegen den Sandmann gekämpft hat und so. Weißt du, Green Goblin? Oh, ja, oh, der war wirklich der Beste. Das ist absolut der Beste Spider-Man, Leute. Jetzt geh erstmal hier hoch. Ey, wo bist du schneller als ich? Ah, ich bin Spider-Man-Bühn. Äh, du bist Superman. Guck mal hier, zack. Und jetzt müssen wir hier wieder klein werden, oder was? Können wir das Rote berühren? Ah. Ne, ne, dann kriegst du Schaden. Verdammt, das müssen wir auch noch super Mathe werden. Das müssten die Leute in die Kommentare schreiben, ich weiß nicht, ich weiß das nicht. 1 bis 1 könnte beides sein, könnte 11 sein. Oder 2. So. Hey, du hast die Hälfte des Lebens verloren. Ja, hab' mir getan. Guck mal, 0 mal 0 ist auf jeden Fall 0. Das ist 10. Was machst du denn? Hä? Man kann doch nicht 0 mal 0 nehmen. Okay, 1.000 minus 90, 9. Also ey, du bist super dumm, nicht Superman. 9 plus 10. 9 plus 10. 21. Ja, okay, 19. Ja, das stimmt. Man könnte auch Dings, ne? 21, kennst du dieses Meme? 21, ja, kenn ich. Okay, oh, 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 vorsichtig. Oh, aua. Tja, diesmal zeigt dir nicht, was du machen musst, ne? Ja. Musst du diesmal mit Hirn rangehen. Puh. So, und jetzt sind wir... Ey, bist du da drüber gesprungen? Ja, guck mal her, guck mal. Easy. Nee, du musst die Zeit stoppen. Guck mal hier, mach's gut. Ich stopp die Zeit. So, zack. Ich seh grad, wir kriegen so was freigeschaltet. Flugfähigkeit. Später. Oder die kosten auf jeden Fall auch Robux, ne? Oh mein Gott. Für 700 Robux könnten wir uns die Flugfähigkeit holen. Also wenn ihr davon noch einen zweiten Part sehen wollt, Leute, wie wir uns die Flugfähigkeit holen, das Ganze nochmal machen, Flugfähigkeit. Dann lass einfach einen dicken Daumen nach oben da. So, jetzt hier, guck mal. Jetzt gehen wir gerade schön hier durch und hinten wieder. Ich mach ab jetzt ein Rennen gegen dich. Nein, niemals, niemals zu schaffen. Tja. Boah. Boah. Alter, du brauchst durch die Wände durch, oder was? Ja. Ich bin rüber gesprungen. Ich seh dich gar nicht mehr. Ich bin direkt hinter dir. Spider-Man. Ja, ich bin direkt hinter dir, Kollege. So, hier. Achtung. Du bist gar nicht Spider-Man. Du bist Stinker-Man. Also ich frag mich auch schon, wo meine Spinnenweben sind. Irgendwie seh ich die nicht. So. 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 Das ist für die Zeit nicht so optimal gestoppt, leider für mich. Das war nicht der optimalste Weg. Oh nein. Hi. Das kommt davon, wenn du abkürzen willst. So, hier. Oh nein, verdammt. Aber jetzt. Jawohl. Und jetzt sind die richtig. Ja. Hey. Jetzt sind die richtig durchgepanscht hier. Ah. Power. Power. Ich wollte es auch gerade sagen. Power. So. Alter, jetzt geht es ja weiter. Wo ist es jetzt hier lang? Hä? Hier war anscheinend einen entspannenden Weg gerade. Der sieht ja echt sehr entspannt aus. Okay, jetzt geht es ja weiter. Was müssen wir jetzt hier machen? Jetzt rutschen wir runter, oder was? Wow. Wow. Okay, gut. Okay, schnell laufen, schnell laufen, schnell laufen. Die Teile verschwinden nämlich in Time. Uff, das war... Hey, ich bin hingefallen. Tja, und ich bin jetzt hier gerade weiter am Röntgen schon, ne? Ich bin jetzt schon über Stufe. Wißt du? Siehst du das? Nein, nein. Du pranks, du pranks. Du pranks. Oh nein, das will ich gar nicht... Oh. Okay, musst du abwechseln. Ha, mal gucken, ob du so schnell hinbekommst. Ja. So, hier. Auf jeden Fall einmal, Leute. Oh. Vorsichtig hier rüber gehen, ne? Nicht so einfach, wie es aussieht. Schon ein bisschen schwierig. Hä? Ja, das ist voll einfach. Nein, nein, nein. Und jetzt hier Supersprung, Freunde. Ui. Oh, aber jetzt mal wirklich. Musst du echt zu mir mal gucken? Nein. Nein, wirklich, wirklich. Ich lüg dir nicht an. Okay. Ich habe jetzt einen Cape. Einen Superman Cape. Ich sehe es gerade. Warum hast du einen Superman Cape? Ich sehe es gerade. Hä, warum hast du so? Ich weiß auch nicht. Nein. Ah, nein. Ich bin runtergefallen. Du kannst es dir oben rechts abholen. Oben rechts abholen? Ja. Oh mein Gott, was? Ich habe auch einen Cape. Ja, jetzt hast du erst mal was im Bildschirm groß, ne? Ey. Ich kann nichts mehr ändern jetzt gerade. So, jetzt aber. Was bringt mir denn das Cape als Spider-Man? Ich bin Spider-Man-Man. Spider-Man-Man. Super Spider-Man bin ich. Alter, du. Alter, man sieht, wer der wahre Superheld ist, ne? Ja, ich sehe schon. Oh. Hier das Röntgen am Start, Freunde. Das sieht voll cool aus mit den Augen, das Röntgen. Ich weiß, es hat richtig was, ne? Hier muss auf jeden Fall die Zeit gestoppt werden. Jawohl. Da war ich schneller da, ne? Ja. Da war ich schneller dran beim Zeitstoppen, Freunde. Oh mein Gott, hier muss man sogar über solche Laser rüberspringen, ne? Hey, mein Cape ist weg. Meins auch. Ne, jetzt ist er da. Wenn man springt, ah, man kriegt, ah, man kriegt die Fähigkeit freigeschaltet von den ganzen Charakteren mit der Zeit. Das heißt, das Cape kommt nur, wenn man Supersprung macht. Ah. Das ist, glaube ich, vom Batman, das Cape. Vom Batman. Ja, vom Batman, das ist das Cape. Mein Cape sieht aus wie ein Bettlaken. Ja, meins sieht aus wie eine lila Tischdecke, aber auch nicht schlecht. So, jetzt hier, Leute, schön, schön rüber gehen hier. So, jetzt geht's hier weiter, ne? Schön absolut mit Fullspeed. Alter, ich hab ja da Umhänge. Ich will eine Flashfähigkeit. Ich sag, man kann die, man hat voll viele verschiedene Umhänge. Wenn du da links auswählst, ich würde auch gerne eine Flashfähigkeit haben, das wäre richtig cool. Oder eine Schwingfähigkeit für meinen Spider-Man. Oh ja, das wäre cool. Die hab ich aber leider noch nicht. Hau bloß ab, du musst doch hinter mir. Ey, hau bloß ab jetzt hier. Ich hab gleich Dinge, ich hab gleich einen neuen Umhang oder irgendwie eine neue Fähigkeit oder so. Zeit stoppen. Okay, ich hab noch ein weiteres Cape freigeschaltet, ein oranges Cape. Nein, das ist jetzt aber voll im Weg, ich seh nichts. Oh, ich auch nicht, ein grünes hab ich. Okay, ich hab ein oranges jetzt grad bekommen. Ich würde aber gerne ein rotes haben, das ist ja schon ein bisschen cooler. Oh, oh, oh. Ja, der Super Jump hat grad ein bisschen Zeit gekostet, glaub ich. Ich weiß, hat leider echt ein bisschen Zeit gekostet. Ah, und dich hat das ein bisschen Leben gekostet, ne? Ich hab grad so ein richtiges Peitschnappen bekommen. Ah? Ah, ha, 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 yes! Jawohl, das hat dir so viel Zeit gekostet, Rücken. Wir sind gleich am Ende. Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Nur noch zehn Stück. Ein wahrer Freund würde warten. Freund kennen? Na klar. Nein. Ein wahrer Freund würde warten. Nee, 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 nee. Du würdest nicht warten, das weiß ich ganz genau. Du würdest nicht warten auf mich. Ein wahrer Friend. Was heißt Freund auf Englisch? Freund. Ein wahrer Freund würde warten. Warten? Ein wahrer Freund würde dir ins Gesicht warten. Ey, nein, ey, verdammt. Die mir runtergefallen. Oh. Siehst du einfach hier, ne? Da muss man time, den Sprung, da kann sich einfach gerade ausspringen. Ich seh's grad da hinten bei dir. Alter, wie schwer. Okay, wir sind gut dabei, Freunde. Wir sind sehr gut dabei. Sehr, sehr gut dabei. Alter, bist du grad, hast grad jemand vorne runtergefallen einfach. Was? Okay, super Sprung. Und, jawohl, nur noch zwei Stufen, Freunde. So, schnell laufen jetzt hier. Oh, 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 oh. Hier ist ein Spider-Man vor mir. Wie? Und rein in die Rutsche, in die Toilette, Leute. Was? Oh, 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 was? Wo bin ich denn jetzt? Und ich hab's geschafft. Weißt du, was das Krasse ist? Und es gibt auch noch eine zweite Welt. Ja, was denn? Guck dir das an. Was denn? Ich bin auch da jetzt. Wo denn? Hat dich noch richtig gut eingeholt. Hier. Ach, da. Okay. Ne? Hier. Ach, da bist du. Da. Ja, du bist ja 3000 Jahre später gekommen. Aber Leute, guck mal, es gibt auch eine zweite Welt. Also, wenn ihr sehen wollt, wie wir die spielen, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Oh, Kasper, guck mal. Wir sind in einer Kindertagesstätte. Was? Und was steht da auf dem Bild drauf? Warte mal. Ey, das ist ja richtig, richtig cool jetzt hier. Ey, komm. Guck mal, das Bild hat nicht gemalt, die den Dinosaurier an der Wand. Siehst du das? Ehrlich? Das sieht ja richtig cool aus. Ey, das Problem ist, wir müssen heute dieser Kindertagesstätte entkommen. Und zwar als Team. Oh, aber sind wir ein gutes Team? Eigentlich ja, ne? Komm, komm. Ja, eigentlich ist es schon ein gutes Team. Komm, geh rüber. Okay, Ehre, Ehre, Ehre. Ganz entspannt. Oh Gott. Hey, was ist das denn für ein gutes Team? Ich dachte, wir werden ein Team, Bro. Ey. Was soll das? Ja, geh rauf, kein Problem. Das ist sicher, Ernst, Digga. Ich wollte ihn runterholen. Ach Mann, ey. Jetzt sind wir am längeren Hebel. Ey. Als wenn ich darauf reinfalle. Also echt. Ja, wie viele Jahre willst du es noch probieren? Hallo, mach doch jetzt mal. Du springst ja nur noch. Digga, ich drücke dich mal drauf und du springst vorbei. Du wirst ja nur noch geprint. Alter, kannst du dich jetzt mal raufstellen? Unglaublich. Das ist ja wirklich unglaublich. Wird da einer sauer? Wird da einer sauer? Okay, komm. Ey, Digga, also. Nein. Nein. Nein, Bro. Was? Bitte. Was denn? Bitte. Ich meinte es nicht so. Was meinst du? Ich meinte es nicht so. Nein. So close. Okay, jetzt komm, wir müssen es schaffen. Komm jetzt, komm. Okay, okay, okay. Wir dürfen jetzt hier nicht draufgehen. Oh Gott. Also hier hat der Checkpoint anscheinend ein bisschen später erst. So, ja. Komm hier rauf. So, und das geht jetzt weiter. So, und das geht jetzt weiter. Also, die sind wir schon losgeworden. So, verspannt. So, okay. Okay, jetzt rot. Ich frage, ob wir überhaupt hier einen Checkpoint haben. Du musst da durch, du musst da durch. Und dann musst du mir jetzt reaktivieren. Geh drüber da. So, jetzt musst du durch die rote Wand dahinten. Siehst du das? Hallo. Ich stehe da auf. Alles gut. Aufs gelbe Ding. Ja, ich komme rüber. Jetzt kann ich dir genau jetzt kann ich dir... Was fällt denn runter? Du machst hier echt keine Freude, Digga. Du machst hier echt keine Freude. So, jetzt aber schnell. Jetzt haben wir durch da. Okay. So, jetzt gehe ich weiter. Hey, hey. Okay, sehr gut. Weiter geht's, weiter geht's. Jetzt ist es auf jemandem das Kopf springen. Ja. Das kann ich halt nicht immer so boost auf korrekt. Okay, ich mach lieber mal die Selfie-Runde. Ich mach lieber die Selfie-Runde. Dann ab, abgelb. Weiter, weiter, ja. Und, hä? Achso, jetzt kannst du dir green machen. Ich brauche grün. Okay, komm rüber. Warte, warte, hier muss ich kurz loswerden. Dann die andere? Geh jetzt schnell. Okay, das war doch leichter als ich dachte. Okay, lila, lila. Auf entspannt, die Woche. Hier, lila für dich. So, easy. Komm rüber hier. Sehr gut. Auf entspannt hier. Sehr, 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 sehr. Es bleibt dir da hängen. Jetzt haben wir ja nicht weiter. Ja, ja, sehr safe. Also, jetzt haben wir rot. Okay, da kann ich die Wand runter machen. Jetzt blau. Blau. Jetzt gelb, oder was? Grün. Grün und gelb. Okay, easy. Jetzt du. Okay, blau. Nein, rot zuerst. Grün. Rot, du weißt es sogar. Machst du an Absicht. So will ich auch. Aha, okay. Grün. Ja, und gelb. Sehr gut. Alles da, wie du es doch wolltest, Alter. Okay, hier das Gleiche, ne? Rot. Okay, komm, mach. Mach. Schwinge auf. Wow. Und jetzt? Was jetzt? Du brauchst Incentive nach hier, nächste Farbe, oder was? Nee, du musst rechts rauf. Okay. Okay, jetzt wollen wir jetzt blau, oder? Blau, okay, warte. So, blau, ja. Jetzt gelb. So, gelb kommt hier. Und jetzt grün. Grün. Ist am Start, so. Ah, easy. Ich muss abgeholt werden. Bitte holen Sie mich nach oben. Also, Digga. Okay, danke. Jetzt gelb. Blau, meine ich. Blau. Brauchst du blau, ja? Ich brauche blau. Danke. Jetzt brauche ich gelb. Jetzt von gelb, ja. Sehr gut. Und jetzt grün. Und jetzt von grün. Hahaha. Ich dachte schon, du willst dich noch pranken oder so. Alles gut. Alter, optimal. Okay. Okay. Okay, jetzt komm hier. Hier, Cole. Komm mal. Ja, du mal. So, direkt rot. Direkt rot. Mach rot. Ey, ich war doch gar nicht bereit. Bro, du bist ja übelster Rentner. So. Ey, also echt. Also, dann spring doch. Rot. Gelb. Bro. Oh Mann, ich mach's mir zu schnell. Ja, ich will auch schnell machen. Das müssen wir mal probieren. Also, Digga, das ist ja wirklich so unkriegt. So aus Versehen. Rot. Gelb. Digga, zu schnell. Ich war zu schnell. War zu schnell. Okay. Ich schaffe aber so schnell. Ich schaffe aber so schnell. Also, Digga. Okay, pass auf. Ich mach jetzt zu schnell. Ich kann, okay. Du musst instant laufen. Bist du ready? Okay, okay. Let's go. Nein. War aber nicht schlecht. Fand ich gleich nochmal nochmal. Okay, warte. Zack. Oh mein Gott, Rekord, Rekord. Ich weiß auch Rekord. Ich weiß auch Rekord. Warte. Und go. Oh sorry, das war zu früh. Ich bin zu früh. Und go. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Das war ja anders krass. Okay, das war echt nicht schlecht. Ey. Digga, also das ist ja wirklich frech. Das ist ja wirklich frech. Das ist ja wirklich frech. Okay. Okay. Wir dürfen jetzt nicht trollen. Okay. Nicht trollen jetzt. Soll ich machen wieder oder was? Nicht trollen. Nicht trollen. Ja, dann los. Dann los. Okay, rot. Rot. Sehr gut. Gelb. Gelb, vorsichtig hier. Grün. Was? Ja, Digga, immer noch zu sehen, wenn du so langsam bist. Okay. Bro! Was warst du denn? Ich war doch noch gar nicht da. Nö. Du sprichst eins. Digga, also. Ich hab gerade den Raum hier abgecheckt. Teamwork mit dir, Digga. Das kann ich ja wirklich fassen. Hä? Hast du gerade geskippt? Natürlich, hab ich ja nicht. Ich hab ja zehn Jahre für. Hä? So, komm. Hier rauf. Ja, Bro, du hast ja nicht mal was gemacht. Du bist der schlechteste Teamkamerad, den man haben kann. Hä? Gar nicht. Hä? Also, Digga, das ist so unkorrekt, Alter. Das ist so unkorrekt. Ach, Warte. Okay, komm. Wieso bist du zur Seite gelaufen eben? Ich wollte was abchecken. Naja, okay. Ich war mir nicht sicher. Digga, wirklich, was ist mit dir denn los? Ich war doch nicht bereit. Was machst du denn? Ich war doch gar nicht bereit. Warst du nicht bereit? Du musst einfach nur heraufschwimmen und stehen bleiben. Ja, gut, okay. Mach ich jetzt. Also, wo ist das Problem? Hallo. So, ja. Hallo. Ey, wie unkorrekt. Ich glaube, ich schaff den Sprung. Ich glaube, ich schaff den Sprung. Nee, schaffst du nicht. Meinst du nicht? Okay. Nee. Geht nicht. Also, echt. Jetzt aber. Komm schon. Ja, jetzt komm hier. Wir müssen jetzt hier rüber. Ja, wir müssen weiter. Wir müssen abhauen hier. Teamwork makes me dream work. Ja, easy, easy. Guck doch mal. Zack. Und raus hier. Und jetzt. Nee, ne? Oh, hier auf den Kopf springen. Hier auf den Kopf springen. Nicht klar bei dir. Okay. Genau, so. Jetzt rauf. Jetzt kannst du bloß aktivieren. Jetzt kann ich rot. So. Geh hoch. Jetzt hab ich rot, ja. Jetzt kannst du gelb. Okay. Gelb ist noch fast runter. Stark. Wow. Oh mein Gott. Alter, rechts, links. Rechts, links. Wow. Wo bin ich denn jetzt? Das ist falsch aus. Neuer Bereich hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo kommt der her? Der Probelehrer. Der Probelehrer. Der Schlüssel. Schnell, statt den Schlüssel. Mach die Tür auf uns beide. Links. Oh Gott. Er hat mich geholt. Ah. Weil du so lange gebraucht hast. Jetzt ist es auf. Okay, er ist durchgezogen. Jetzt ist durchgezogen. Okay, ich höre ihn aber noch. Oh nein. Nein, Mauslabyrinth. Du musst runter gehen. Du musst runter. Ich geh runter. Mach ich hier. Los. Bist du ready? Okay, blau. Du musst mich lotsen. Blau. Blau. Also du musst mir den Weg sagen. Grün. Ja, gelb. Machen wir gelb. Ja. Nochmal. Gelb, ja. Rot. Oh, das sieht gut aus. Sieht gut aus. Rot. Blau. Ja, das sieht gut aus. Du musst mir lila. Das geht mir oder so. Blau jetzt. Blau jetzt. Okay, warte. Ich brauche blau immer noch. Einmal noch. Blau. Ja, das war es. Okay, jetzt kann ich dich. Und zwar lila. Ja, sehr gut, Alter. Sehr gut. Okay, hier. Da. Also das war ja wirklich schlecht. Okay, nochmal. So. Also das ist ja. Ja, jetzt blau. Also das war ja wirklich unglaublich. Hallo, springst du auch mal oder wolltest du nur rumjoggen? Okay. Okay. So. Hä? Okay, da war ich zu langsam. Sorry. War meine Schuld. So, nochmal. Viel zu langsam. Bitte. Jetzt. Okay. So, jetzt wieder rot. Ja. So. Jetzt wieder blau. Easy. Blau. So, und rot. Okay. Okay. Sehr gut. Also, Dinger, das ist ja wirklich frech. Das ist ja wirklich frech. Das ist ja wirklich nur noch frech. Hör mal auf jetzt. Hör mal auf jetzt. Was soll denn das? Jetzt aber. Bro. Wird da jemand sauer? Nee. Hier so. So. Okay. Blau, blau, blau. Aha. Okay, easy. Sehr gut. Easy, rot. So. Gott. Ja, blau. Blau. Easy. Und der letzte rot. Und der letzte rot, auch entspannt. So. Alter, da wolltest du es doch wissen, ey. Okay. Okay, okay. Und jetzt, hä? Aufeinander springen. Aufeinander wieder. Mhm. So. Hier hoch. So, jetzt rot aktiviert. Ja, danke. Jetzt grün hier. Also, Bruder. Also, ich weiß manchmal echt nicht, alter, ob du jetzt laufen sollst oder ich. Ich weiß es auch manchmal nicht. Okay, sehr gut. Okay, komm rüber. Komm rüber. Alter, Alter, also, Digga, du hast ja nie versucht, auf die Richtung zu springen. Du musst zurückkommen. Na gut, na gut, na gut. Hier darf man sich nicht trollen. So, los geht's. Und grün jetzt. Zack. Easy. Ich mach dir auch grün. Alter, ich hab gesehen, wie du fast drauf gegangen bist gerade. Gar nicht. In diese Rizzen ist mir was gefallen. Ich weiß, das war close. Mach du ruhig. So, rot. Okay. Alter, das war ganz kurz weg, hab ich genau gesehen. Ich weiß, ich wollte das so sehen, weil ich nicht hingehe. Weil ich nicht drauf geachtet habe. Okay, so, passt. Jetzt hier wieder der Double Boost. Okay, sehr gut. Passt, sehr gut. Geht hier weiter. Oh mein Gott. Wir können aufmachen. Wow. Wow, passt. Oh mein Gott, Roboterlehrer. Oh, 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 oh. Schließen ab, schließen ab. Der hat mich schon verhast. Der hat mich schon verhast. Auf den Kopf, auf den Kopf. Oh mein Gott. Nächstes Gleichspiel. Weiter, immer schön weiter. Joe's Daycare, sag ich nur, ne? Joe's Kindergarten. Oh mein Gott, was macht er jetzt? Oh mein Gott. Alter, was hat's? Bam. Direkt explodiert. Alter, hier kommt Dingens. Was war's denn? Ja, Mann, das Winne-Abzeichen. Hä, sollen wir da durch? Ist das schlau? Yo. Yo. Wir sind denn kommen. Juhu, auch bei Granny und so. Juhu. Kaspar, Kaspar, Kaspar. Und ich war so sauer auf ihn und er hat mir Kekse geklaut. Hey, hör auf, schlechter mich zu reden. Was? Ja, was? Ich sag doch, Oma, nur wie du immer drauf bist. Du steigst mit Omas Blutspiegel, wenn du jetzt diese aufregst, dass ich jetzt hier noch zu Besuch bin. Was? Oh, wie wütend die jetzt ist auf mich. Ja, die ist mega sauer auf dich, weil ich auch die ganze Zeit sage, dass du richtig blöd bist. Ey, und deswegen lebt du mich ein zu deiner Oma. Guck mal, wie sauer die jetzt ist. Die will mich essen. Ah, die will mich essen, Kaspar. Oh Gott, oh Gott, okay, komm. Alter, die ist ja voll sauer jetzt hier gerade. Was ist das hier los? Sieht sauer auf mich, weil sie gecheckt hat, dass ich sie angelogen habe. Ja, ich bin nämlich gar nicht so, Kaspar. Was soll das? Oh nein, ich wollte doch eigentlich gar nicht so böse sein, sag mal. Ja, oh mein Gott, unglaublich. Ey, guck mal, sie hat sogar Fehlstaub von der Decke. Ja, auch ekelhaft. Guck mal, hier sind ihre alten Gebisser oder sowas. Guck mal, was hat sich denn... Ey, ich bin auch draufgegangen. Was ist denn das für eine komische Anzeige? Jan, zu schlecht. Okay, jetzt müsst ihr aufpassen. Die Seifenblasen, jetzt schnell. Jetzt schnell. Alter, okay. Ich hab da ein bisschen verrückt. Ja, ich musste ganz schnell machen gerade. Alter Schwede. Okay. Und hier? Ja, sehr gut. Alles gut, alles gut. Guck mal, hier ist mir ein Schrank rein anscheinend. Oh, hier ist ein Loch. Wow. Was geht denn meine Oma ab? Was sind die für krasse Schränke? Die hat hier voll das Labyrinth gebaut. Oh nein, pass auf. Hä? Oh Gott. Das ist ja echt Labyrinth. Ich hab dir voll den krassen Sprung gemacht gerade. Hä, können wir die Bretthaben machen und sowas? Äh, ich weiß es nicht. Zunge? Das ist ein Regenwurm, glaube ich, oder? Äh, was geht meine Oma im Keller ab hier gerade? Ich weiß jetzt auch nicht genau, was hier los ist. Hier lang? Ah, hier können wir eine Münze einsammeln. Sehr gut. Ähm, ja, sehr schön. Okay, aber wo genau? Das ist eine Sackgasse hier. Hä? Ja, Oma, hier ist Oma. Oh Gott. Hä? Das sieht gar nicht aus. Oh Gott, hier ist noch eine neue Sackgasse. Wo sind wir? Ich will hier raus aus Oma's Haus. Links lang, links, geradeaus. Hier lang, hier lang. Okay. Sind wir von da gekommen? Ich glaube nicht, oder? Doch. Okay, sind wir nicht. Ja, okay. Sehr gut. Guck mal, was sagt der hier? Oma hat ein Fall eingestellt. Okay, okay, drück drauf. Abgedrückt. Oh ja, das Holz ist abgefahren. Nein, Oma ist direkt vor uns. Hä, was? Ich sehe das. Ach so, jetzt? Ja, ja, pass auf, schnell. Oma ist direkt vor uns. Oh Gott. Omi, ich, ich, ich meinte, Prokto ist ganz böse. Der ist ganz, der hat auf der Stelle mich gelästert. Ey. Der mag dich gar nicht. Nein. Dein Enkel so lügt dich an. Ey, was ist das denn? Ein fomisches Kinewache. Dein Enkel so lügt dich an. Oh mein Gott. Gar nicht wahr. Ich bin ein netter Enkelsohn. Ja, ja, ja. Pass auf. Mal gucken, ob du das überhaupt schaffst darüber, ne? Ach, Mann. Hobby King, also, ne? Hobby King. Hobby King. Hier. So, komm. Guck mal, in einem Durchlauf. Easy. Gar nichts los. Hier lang. Hier rüber. Dann hier rauf. Oh Gott. Jetzt wird es ein bisschen bremslicher. Alter, wir überspringen einfach eine Sache. Holi, Holi. Mach mal dann so ein. Ja, gut. Dann geht es weiter in den nächsten Raum. Oh, Oma, Strickraum. Oh, pass auf hier. Oh, du musst vorsichtig sein, ne? Damit wollte Oma dir einen Strick machen. Ey, unglaublich. Sie wollte dir haarige Enkelsocken machen. Die wollte so einen richtig kratzigen Schal machen, den du mal tragen musst, wenn du zu mir rauf bist. Ja, Mann. Oh Gott. Oh, oh. Okay, die sägen hier. Oh Gott. Oh, oh. Ich glaube, da sägt Oma durch gerade. Warte, die müssen wir ausstellen mit dem Knopf hier. So, ich hab die ausgestellt. Okay. Schön. Dann hier lang. Oh Gott, was ist denn hier los jetzt? Das Inferno-Möbelhaus. Was? Oh nein, oh Gott. Oh Gott, lass mal schnell abhauen. Oma hat das Haus als Schild unter Feuer gesetzt oder so. Sie ist richtig wütend. Ja, ja. Ich merke das schon irgendwie. Omas Haustierkatzen. Oh nein. Oh nein, guck mal hier. Scroodels und mittens. Alter. Okay, die werden auf jeden Fall aufpassen, dass wir jetzt hier so kommen, ne? Mittens. Guck mal, die sind richtig sauer, weil die kriegen nur Trockenfutter anstatt so ein richtiges Schleimgestürfisch-Ding. Die sind richtig sauer. Die werden auch gequält und so richtig gasige Katze. Wie hässlich die auch ist. Guck mal, die trägt eine Krawatte, Alter. Alter, die werden richtig gequält, ey. Ja, weil die Katze trägt schon eine Krawatte, die Arme. Bist du oder so ein Outfit oder sowas. Okay, komm, wir gehen weiter. Hält mal. Da ist Oma, die macht sich gerade frühstörst. Guck mal, die ist Eier und Spänken. Oh, da hab ich schon Bock drauf gerade, ne? Ah. Oh Gott, das war gerade mega knapp. Da muss man ja hier ein bisschen drauf springen, ne? Hier, Spiegelei, Topf. Okay, alles gut. Nicht zu lange draufstehen, sonst verbrennst du auf jeden Fall. Ja, das sieht auf jeden Fall gruselig aus. Gott, wir müssen irgendwie vorbei an ihrem Nudelholz, ne? Ich glaube, äh, pass auf. Oh mein Gott. Nein, Kassel, du wolltest das Nudelholz. Oh mein Gott. Ich war überrollt, ey. Ich weiß. Guck mal, aber wie hungrig die auch aussieht. Ey, die hat richtig Hunger, Alter. Na, zack, jetzt aber. Oh, die ganze Kugel. Okay. Nein. Die ist richtig dick, ey. Abwasch machen. Oh, nee, das hasse ich ja, ne? Hä? Hä? Wie dürfen wir denn da nicht berühren? Hä? Mal gucken, mal gucken, ja. Der Topf ist anscheinend heiß, oder was? Denkst du, ich fall da nochmal drauf rein, oder wie? Oh, sichtlich die Kleinteiler und sowas, auch hier über die Enten. Ich bin jetzt der Obby-King. Los geht's. Ja, ja, genau, oder? Du wünschst, du wärst der Obby-King. Das ist es aber gar nicht. Oh mein Gott, die wackeln so rum. Ja, eben, überwackeln rum, ja. Okay, pass auf, wir müssen, glaube ich, hier so ein Dings benutzen, hier an diesem Keks vorbei. Ein Keksportal. Moment, hier ein Keksportal. Wow. Hä? Sind sie wieder ein Jetzt? Oh nein, Omas Knete. Was sind das? Sind das Ketten? Ich glaube, das sind ehemalige Enkel. Glaubst du? Die sind alle wahrscheinlich so im Keksteig oder sowas. Im Knetteig so gemacht worden, ne? Hm, das kann ich mir gut vorstellen. Ey, das ist ja mega verrückt. Guck mal, hier auch so Pinsel noch drin und sowas. Das ist doch kein Pinsel, das ist doch ein Marshmallow. Oder nicht? Nein, das ist ein richtig großer Pinsel. Was weiß ich, wie das hier aussieht, wie ein Marshmallow. Das ist doch ein Marshmallow bei dir. Oma guckt oben rüber. Guck mal, das hast du gar nicht gesehen. No, ja stimmt. Aua, sie hat mich mit ihrem ekelhaften Blick angeguckt, ey. Da haben die mich erschrocken. Da ist in die böse Farbe hier getreten. Ah, Mann, oh. Jetzt kommst du nie wieder rüber. Toll, denn es ist das. Ja, weil die mich anguckt jetzt. Du hast mich voll nervös gemacht. Ja, okay, okay, ja gut. Okay, sehr gut. So, dann bist du ja durch die Tür vorbei. Oh nein. Oh nein. Für einen entscheiden. Ich sage, es ist rot. Nein. Welcher was? Ey, nein. Manu. Wow. Was? Wow. Ich habe alle richtig geraten, Alter. Und ich bin trotzdem vor dir durch die Tür. Hahaha. Ja, und? Ich habe trotzdem alle richtig geraten. Warum ist Oma so groß, Alter? Oh mein Gott. Die sieht auch aus so ekelhaften Plätzchen und sowas. Ich glaube, vielleicht sollten wir uns an die vorbeischleichen, wenn ihr müde wird oder so, wie viel Plätzchen die ist. Vielleicht können wir abhauen auch irgendwie oder sowas. Das wäre natürlich auch eine Option, muss ich sagen. Irgendwie langsam an die vorbeischleichen und dann, guck mal, die ist auch im Schaukelstuhl. Hallo, Oma fällt gleich im Tiefschlaf. Oh, das sehe ich schon kommen. Ich bin nicht auf den Lolli da auf. Ne, den Lolli berühre ich auf gar keinen Fall hier, der klebrige Lolli. Der ist auch ekelhaft und gibt sich, der ist schon alt. Der ist genauso wie Omi. Ist so, Omi ist richtig alt. Nein. Tja, du hast einen übersprungen. Hättest du nicht so schnell machen sollen. Ey, du musst von da wieder anfangen als ob. Ja, Mann. Ich muss von ganz vorn. Ich hoffe, du gehst jetzt auch nochmal drauf. Ne, ich gehe hier gar nicht drauf. Ich bin Profi, Alter. Ach, Profi. Die Lolli ist hoch. Guck mal an Omas Hand. Guck mal hier, ich kann dir Kicks. Wir müssen aufpassen hier, ne? Die Kultein. Oh, Mann, nein. Oh, Mann, nein. Ich dachte, die sind doch... Ich dachte, die sind ein Keks. Wie viel ist die denn? Das ist so ein dickes Schwein, ey. Ich sag's dir. Ohne Spaß. Alter, richtig eklig. Boah. Okay, jetzt wo sitzt es hier auf die... Das hat die alles gegessen, ihr ihr Frühstück, ne? Alter, die isst allein schon so ein Cheeseburger zum Frühstück. Das Ding ist die Kaut, die nicht mal kaputt. Die zerschlingt den alles. Stimmt. Äh. Stimmt. Nichts passiert. Du bist draufgegangen. Nein, gar nicht. Ich hab draufgegangen das erste Mal. Gar nicht bin ich. Ich glaub's nicht. Oh, mein Gott. Spätestens jetzt. Geh durch die rechte Tür. Ah. Ja. Ah. Mann, oh. Tja, wo lang bist du jetzt? Welche ist es jetzt? Welche ist es jetzt? Ja. Ich sag jetzt rechts. Ja. Nein. Oh mein Gott. Ach nein. Oh mein Gott, du bist so schlecht. Nein, wo muss ich lang gehen? Ich hab... Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, ja. Ich hab die richtige Tür. Nein. Das sag ich dir auf gar keinen Fall. Und welche ist es? Ich hab richtig nicht gut geraten, ne? Ja. Die Schackfüste. Pass auf. Ich hab' nicht gelaufen. Ich will nicht. Ich will nicht. Oh nein, nein. Oh Gott, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Ey, wir sind im Garten. Mann, wir sind draußen. Hä, wir sind voll schnell. Wow. Oh mein Gott. Was? Das ist auch mal auf dem Rollstuhl angekommen. Wir müssen nach links laufen. Gib Gummis. Wir sind hinter uns. Pass auf. Pass auf. Alter. Pass auf. Die ist auf... Ey. Oh mein Gott. Die ist auf... Die ist auf... Die ist auf... Die ist auf... Oh mein Gott. Die ist auf... Oh mein Gott. Die ist hinter uns mit dem... Die macht alles kaputt. Oh mein Gott. Die ist voll durchgedreht, Mann. Die fährt über alles rüber. Die soll gleich. Mann, die haben die mich getroffen. Ja. Ja. Die haben die die letzte Nacht noch getroffen gerade. Oh mein Gott. Vorsichtig. Ey, die ist immer näher dran. Die haut auf die Autos kaputt. Oh mein Gott. Hau ab, bitte. Hilfe, Kaspar. Oh mein Gott. Hey. Oh mein Gott. Hey. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ob du bist. Sehr gut, sehr gut. Ich habe noch voll Zeit. Da kommt die jetzt erst. Und... Ja. Die crash jetzt hier vorne. Hä? Alter. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Guck mal. Wir haben es geschafft. Wir haben es überlebt. Wir sind Oma entkommen. Wir sind zu Hause. Ja. Mein Gott sei Dank. Juhu. Das ist das für die Videos gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt es gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wenn es ist, schreibt in den Fall gerne die bei mir aus, Freunde. Dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.